Naja, go again. Let's go again! Oh man. Pass auf, wir werden... Tristan kriegt wieder LeBlanc und dodged jemand. Richtig witzig. Oder wir kommen einfach gar nicht in den Game. Der Klassiker. Kommt auch noch mit dazu. Komm! Annehmen! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! What is that? Oh... Okay, that's hard. That's hard for me. Ich hätte... Ich wollte Jinx picken, aber ich will Urgottsch picken. Aber gleich... wenn ich jetzt einen Skin habe. Hahahaha! Finally you got one! Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass ich nicht mehr alle Lilia Skins habe. Hahahaha! Hahahaha! Oh Gott, der hat Heimer re-rollt. Hahahaha! GGs, man! Hahahaha! Hahahaha! Ich bin aber scheinbar nicht mehr auf mir broken, weil irgendwie kann ich keine Games mit Heimer gewinnen. Sure. Irgendwie... Jedes Mal, wenn ich Heimer spiele, verliere ich irgendwie. Ich weiß es nicht. Das ist ein Curse. Das ist wie bei... Ah, fuck man. Wie wie du Urgottsch meinst. Ja, fuck man. I need to play it. Fuck the Curse. Fuck the Curse. Fuck the Curse. Break it. Ich... 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 Du musst den Chatman-Dinger spielen. Chat... nein, ich muss schnurren. Okay, okay, spiel es auch weiter. Hier, ich spiel den explodierten, den hässlichsten... Nein, 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 oh no! Hahahaha! 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 Den hässlichsten aller Heimer-Skins, let's go! Oh, god. Hahahaha! Hahahaha! Äh... Ich... ich, wenn ich mal wieder probier irgendwas... Irgendwas auf... Aus... aus Lego zu bauen und... Und dann verzweifeln bin. Äh, das ist einfach Heimer-Dinger. Explosed. Explosion. Oh, god. Ah, warum haben die Gwen? Das pisst mich jetzt schon wieder an! Oh, Gwen und... Obwohl, Nidalee ist okay. Vladimir nervt mich, aber er hat keinen Ghost dabei. Äh... Aber Gwen ist schon wieder nervig. Ich bin immun gegen deine Cannons! Oh, man! Warum muss es sein? Herr Zucker-Jinks. Hm. Aber Trissa hat einen geilen, äh, Syndra-Skin wenigstens. Boah, ich hätte Lidia auch mal wieder gern gespielt. Aha! Aber ich muss... Ich muss einfach den Curse auf Heimer-Dinger brechen. Ich muss... Oh mein Gott! Das ist dann, weißt du... Ja, das ist... Das ist okay. Habe ich... Habe ich Cannons gegen. Viel nerviger als die Gwen, weil meine Cannons, äh, sie nicht targeten können. Ähm... Oh, god. Naja... Wenn sie wegen deinen Cannons ihren... 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 Ja, aber für meine Ult ist es halt ziemlich useless, weißt du? Du setzt die Ult in ihren Nebel rein. Und die haben Vladimir. Das ist noch schlimmer. Aber es ist nicht Ghost. Aber er hat kein Ghost. Er hat kein Ghost. Er hat kein Ghost, Vladimir. Der hat Chance. Ja, echt so. By the way, ich habe gerade gesagt, Tristan, der Heimer-Dinger ist einfach ich, wenn ich vor einem Lego-Set sitze und es nicht zusammenkriege. So... So ist der Heimer-Dinger einfach. Der Heimer-Dinger, das bin ich nach dem... 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 Achso, weil mit dem... Mit dem habe ich noch nicht gewonnen, glaube ich. Damit kann ich noch gewinnen. Mit dem hast du noch nicht gespielt, deshalb. Ey, das ist... Nein, nein, nein. Das ist nicht wahr. Weil ich finde, In-Game ist der Skin gar nicht so bad. Ja, ist... In-Game... In-Game ist einfach nur... Der ist einfach nur eine... Der ist die Bad-Head-Version von dem Dragon-Tamer-Skin. Ja, In-Game ist ein bisschen besser, aber er ist trotzdem hässlich. Guck mal mein Skin. Ich hab so blaue Haare. Dein Skin ist nice. Which is like... Das Ding ist halt... Er danzt halt... Auch ganz normal. Und sie wird geraped von Wissen. Ja... Ey, Leute, geht rein! Alle auf die Cannon! Guck mal, wie es alle für die Cannons geht! Du mitten voll hart! Alle auf die Cannons! Ja, komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Los! Free Money! Komm mit für die... Komm mit jetzt endlich für die Cannons, ja? Du hast die... Du hast die Cannon auf ne Trap gesetzt. Ja, witzig, ne? Kann ich hier nochmal machen. Pass auf. Und... Oh! Trap! Weg! Und Speer weg! GG Tristan! Zwei in Eins-Kombo! Aber das Problem ist, ich kann sie nicht reden und sowas. Weiß nicht, ich kann sie nicht ziehen. Das nervt halt ein bisschen bei Quen. Quendelin ist ein bisschen ein Counter-Win. Loll, hast du reingeflasht? Ne, ich bin rausgeflasht. Hast du das rausgeflasht? Er ist noch mitgekommen. Ah, okay. Ein Zeichen. Keiner wurde geträtet. Huh! Uh, kleiner als im Diagramm. Oh, ich habe schon eine Beide die Kräfte im Drag gespielt. Uh, nice, ich habe ein Assist gekriegt. Ich wollte das besser machen. What? Das was weird. Ja, ich habe gedacht, das trifft sie den Speer, aber hat verfehlt. Ey, schiebt ebenso. Ja, aber warum hat sie ihre W aktiviert, bevor sie reingegangen ist? Hm, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass sie trotzdem... Boah, ich habe noch keinen Lianz-Frist. Was soll das? Aber ich bin wieder Assisting Heimer-Dinger, ja? Ich spiele Heimer in Zukunft. Du spielst irgendein Champion auf Botlane und ich spiele einfach Heimer-Support. Das ist einfach so, so leicht 003 Heimer. Ich bin einfach wieder Heimer-Sennah. Ja, Heimer-Sennah war so geil. Ich glaube, die haben Sennah ziemlich genervt. Ja. Wir spielen wieder Ash-Garen. Das ist gone. Ash-Garen. Let's go! Wir haben Ash-Garen gespielt. Das haben wir ganz am Anfang mal. Das war witzig. Wir haben Ash-Athrox gespielt, das weiß ich noch. Ja, aber... Vor dem Athrox-Reverage. Ja. Gute Nacht. Und guck, sie ist halt dann immun gegen alles von mir. Alles. Aber den Tag gibt es doch einfach für jemand anderes. Ja, das Problem ist, ich wollte sie, dass sie sie ihn hat mir eh geworfen, dann hat sie halt ihr Schild gewirbt, weißt du? Ja. Das ist sad. Weil E hat... Ja gut, E hat halt nicht so viel Güter und so. Aber... Da, ich habe es, der Gletsch. Schau her! Okay. I got an assist, you got an assist. I talk. Ja. Ja, ja, schnell. Auf dich warten wichtige Aufgaben. Ich hätte Ult, aber... Let's go. Ah, der süße Geruch der Wissenschaft. Was für eine Reaktion. Ja. Ja. Ich bin kleiner als in Viagra. Oh nein. Schnell, schnell. Ja. 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 gekriegt für meine wild aber ich habe jeden assist gekriegt so like ich habe noch hundertprozentige participation aber noch kein kill oh shit i've melted there oh she was strapped by jinks ist der canon die link der mit der ich glaube sie war die kennen war like so am rand von dem ding ist das gezählt hat die ganze zeit gefeuert auch kommen schon ich hätte auch ganz gerne ein kill ja ja oh god schutzprenn auf my freighter oh 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 nein. Oh boy. Oh, ich hätte Uld. Hey, im Gebüsch, im Gebüsch, im Gebüsch, im Gebüsch. Bleib weg von Dion, ein bisschen. Okay, sie kann nicht mehr auf mich flaschen. Okay, meine Uld ist raus. Ja, ich kann auch das weiter. Du bist tot, ich lebe. Siehst du? Gleichgewicht. Carter will reingehen. Nee, nee, lass mal. Oh nein, du bist ein Timeprieger. Oh mein Gott. Und ich krieg den Kill nicht. Okay, ich hab einen Kill gekriegt. Ich bin wieder da. Yeah, ich hab einen Kill gekriegt im ganzen Fight. Ich hab immer noch 100%. Okay, jetzt hab ich keine 100% Kill-Faticipation mehr. Sad life. Oh, wir haben eine Elite-Ferle-Ginx. Das ist so awesome. Ah, ich krieg das nicht fertig. Okay. Ich hab gedacht, ich krieg Dämonic noch fertig. Zusätzlich zu Leandris. Das wäre natürlich GG gewesen. Aber... Hey. Ich nehm Leandris und fast ein fertiges Dämonic mit. Okay, let's go. Oh no. What? Let's go. Let's go. es ist nicht schlecht aber in den Situationen also es spikst zu Du hast heute keinen sichwert ja Blitzschlech Falente entdecken Genies entdecken Probleme hmm Blitz ja der Flutty wird's halt wahrscheinlich irgendwann unkillable hab's schon gut geschafft ok let's go Jinx Gold oooh imagine she had a bit more legality na let's go Flash in there follow up Flash wieso wir sollten erst den Turret zerstören ich wollte grad so den Enid machen ja ich auch so oder ist er noch ein Turret hehehe oh geil ich weiß nicht ich glaub ich hab sie gehitet ok wir sollten rennen gut gut gute Nacht ha 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 ok 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 Jinx is excited oh nein ok wow wow die Jinx ist einfach einfach umgefallen höh ha 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 hey what do I go next I think it's just a good death cat yeah, lass mich das reparieren 230 AP ne, ich hab erst 179 AP ja, aber dann muss ich überlegen zwei Items werde ich erst 230 AP Ordnung, Entropie, ein Null-Empender-Kreislauf oder? Ja, ich krieg ihr einfach Damage Jinx, die hat 260 AD Oh mein Gott, sie ist gepoppt E-Q-Bombo von Cesar macht ja so viel Damage wenn du dann Level 9 bist und die Q bleibt 25% mehr Damage gegen Champions Zurück ans Zeichenbrett Meine Ult ist nicht mehr rausgekommen Oh, meine Ult wird nicht mehr rausgekommen wäre das so gut gewesen Aber unsere Kater macht das schon Oh nein Oh nein, die haben alle gemisst Oh Gott Und Tristan timet wieder Oh Gott Ich bin einfach getimed Ich bin einfach getimed in dem Moment wo sie aus der Stopwatch rauskam So, alle haben misstimed Tristan timet Let's go Oh, ich hätte sie so weggeholt Aber, nein Ich dachte immer so, okay, jetzt missen alle Tristan macht das unter Tristan timet einfach aus Oh Gott Ich bin einfach Ich bin einfach Alle misstimen und Tristan timet Ja, es ist so Oh, let's go Oh Oh, shit Okay, I see Give him Panther Oh, wow Okay, yeah I guess Braids is also Oh, no, I tr- He get- He got it I got- Oh, my, god He got penta'd He got penta'd I did enough damage So, his, äh, his, ähm Was ist das? Die E? Wo so ein Dings platziert, so eine Die Rauchbombe? Ja Und das hat gen- Ich hab genauso viel Damage gemacht, dass, äh, er mit seiner E wo sie platziert hat, obwohl er tot war, genügt die Damage gemacht hat Ha! Du bist der Geruch der Wissenschein Bam, ja Oh, er hat den Snowball nach seinem Tod getroffen Oh, mein Gott Wilde Sachen in dem Game Die G war ein bisschen wild für mich Geregneter Leben Geregneter Leben Ha! Oh, er nur noch ein bisschen Kach... Oder... Ein Verbindeter wurde mit ihm Ja, nun Haja Ha! Ha! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h Wir haben ihn noch immer noch! Am I alive? No, Vladimir ist still dead. Was jemand alive? Wie nur ich? Someone? Hallo? Minions! Are you in base? No, I can't do base. I don't have... I have cooldowns. Oh, und I'm dead. But my cannon is doing damage! Ich bin über einen Bullshit. Okay. Weil ich dachte, irgendwer muss doch am Leben sein. Aber ich wusste nicht, wo. Ich dachte, ich... Aber wir haben... Ey, wir haben den Turret gemacht, Tristan. Gar kein Problem. Du musst nur noch enden jetzt. Einfach flash into base, Tristan. Ich hätte vielleicht Stopwatch bauen sollen. Ach, was soll's. No, Craves is dead. Jinx ult, Jinx ult. Nice damage. I'm not fast enough. I'm not fast enough. Wunderbar effizient. Okay, Tristan, bist du safe? Ja, Tristan ist safe. Wenn er nicht timet. Wenn ich nicht timet. Ja. Ja. Kleiner als ein Diagramm. Verschickt eingefädelt. Okay. Look, she used his, uh, her. Oh, sie hat noch die selbe Tanzanimation in der Skin. I mean, it's a really good one. I... We like this from Girls' Jam, but... You know... Oh, my... Leandris? Leandris? Is Leandris enough? Let's go! Demonic, Leandris Demonic. Broken. Yeah. Yeah. Ah, der süße Gerogen. Let's go! Uh... 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 Okay, let's end. Plus 50 TGs. Niederliso. Corny? Uh, I don't know. Was is corny? Corny... Müsli Riegel? Or... Corny... Müsli Riegel? Oh, god. Hey, I won a game on High Martrition. On that skin. On that stupid... Bad skin. Ja, ich... Ich glaube... Wow, I did nothing this game. You did even... Like, you did more than the Niederli. Oh, it was giga useless this game. That's crazy. No, you did some CC stuff. Yeah, I did some CC, but I didn't know their match. Guck mal, was er geschrieben hat. Reporting for a waste of time. Wen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sich selbst. Das hat die Niederli geschrieben. Wahrscheinlich sich selbst. Aber er hat mir doch eigentlich ein ziemlich nice Team-Comp. Ja... Na, wobei, nee. Actually not. It's just Nieder. Ja, ich... Nein, ich glaube Niederli, Vladimir und... Und... Quen sind... Eins nicht so ne nice Comp, aber dann Akali... Die Quen war halt... Die stand halt 6,60. Ja, die ist halt zu viel... Die hat halt... Ja, gut. Die ist viermal so oft gestorben wie ich. Das Problem ist halt... Du bist noch weniger gestorben als ich. Ich bin... Wenn am wenigsten im Game gestorben wirst, dann hab 31 Assists. Warum krieg ich keine Kills? Auf allen? Naja, okay. Gut.